Heyo Leute, was geht? Wir spielen hier gerade The Hunter. Das ist Killer. Hier ist Warlin mit seiner Flinte in der Hand. Und wir gehen jetzt Mäuse jagen. Genau. Wir wollen uns gleich der schwierigen Aufgabe widmen. Nicht irgendwie Elefanten oder sowas. Die trifft ja jeder. Erstmal Schmetterlinge treffen, würde ich sagen, oder? Genau, genau. Auf jeden Fall. The Hunter, echt coole Spiel, kostenlos. Ihr könnt einfach mal mitmachen, wenn ihr wollt. Okay, warte, lass schon mal auf langsam laufen, umschalten. Hier ist doch bestimmt gleich irgendwas. Ja, ja. Du bist doch ein Schwein. Ich rieche doch doch irgendwas. Ich habe mal meine Fotokamera, meine Cybershot habe ich schon rausgeholt. Ich zoome immer mal weiter. Ach, steht die Cybershot dabei? Ich mache erst mal ein Foto von einem Bart. Mach mal. Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Vorsicht! Das ist so ein Paarungsgeräusch von Kühen. Das heißt, die kommen jetzt gleich auf uns zugerannt und wollen uns anal beglücken. Mit F kann ich folgendes machen. Wie eine Kuh fallen. Das ist ein Pferdegeräusch. Ich schrei hier rum. Es ist mitten in der Nacht. Meine Freundin schläft hinten und ich kreiche hier rum wie so ein Arschloch. Wo haben wir denn hier? Ah, da läuft was. Glaubst du, es gibt auch Tiere, die einen angreifen? So Löwen oder sowas? Keine Ahnung. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wir rennen da jetzt mal mal hoch. Da haben wir von da oben, können wir schön runterschielen ins Tal. Das ist gerne BMA, Zen. Und haben die beste Übersicht. Wo waren denn? Noch 15, 14 Meter von mir entfernen. 13, 12, 11 auf Kollision vorbereiten. Ding, 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 ding. Oh shit. Kann man auch richtig gut quickscopen, finde ich. Guck mal. Pff. Ja, das ist echt. Also bei Kot ist das, äh, da werden sich die Spieler freuen, wenn sie das einführen. Dieses Erquicken des Scopen. Oh mein, der schnauft. Oh oh. Ja, der schnauft wie verrückt. Also ich, äh, ich überlege die ganze Zeit. Ich gucke auch schon auf meine Anzeigen und man hier irgendwie wie bei Days oder so. Vielleicht muss er kacken. Er rennt und rennt wie ein Weltmester. Pilz. Oh. Jag ihn. Kann man das erschießen? Kann man das erjagen? Pff. Wir müssen diesen Pilz erjagen. Der Boden vibriert. Warte mal, warte mal. Wenn man genau hinguckt mit dem Fernglas. Der Boden vibriert. Erdbeben. Deswegen sind alle Tiere weg. Guck mal, die Strommasten sind da irgendwie aufgezeichnet. Das hat eine Bedeutung. Jetzt speziell für die Tierwelt. Vielleicht meiden die deswegen Elektro-Smog. Da liegt ein Vogel. Alter, man kann doch Vögel abknallen. Da vorne. Alter. Hast du ihn geholt? Nee. Ich weiß nicht, wie das hier Physik funktioniert. Bei Battlefield ist es ja so, du musst ja voll vorne dran zielen, wenn du weit weg bist. Und hoch, damit die Kugel, die hat ja eine richtige Flugbahn und braucht ihre Zeit. Bei anderen Spielen, wie jetzt bei Counter-Strike oder so, ist es ja sofort der Treffer eigentlich. Und da ich nicht weiß, wie das hier ist, habe ich jetzt einfach mal vor den Vogel gezielt. Wahrscheinlich auch viel zu niedrig. Ich glaube, jetzt habe ich wahrscheinlich alle Tiere, die auf der ganzen Map hier mal waren, sind jetzt ins Meer gerammt und ertrinken gerade. Wenn bei The Forest Multiplayer, Bums, da ist, Alter, dann kaufe ich dir mal ein Spiel. Und zwar The Forest. Und dann Multiplayern wir mal. Aber hart. Aber hart. Wo ist denn die andere hier? Wo man auf das gegenüberliegende Tal runtergucken kann. Wann hört denn der Berg auf? Warte, ich gucke mal kurz nach hinten. Mit der Dose. Aber das sind auch keine Tiere. Vielleicht muss man ja Menschen jagen. Vielleicht haben wir den Server ohne Tiere ausgewählt. Guck mal, da vorne, da hinten sind Schneeberge. Ich glaube, da müssen wir hin. Schnee ist immer gut. Aber da muss doch irgendwer... Da oben tauchen Steine auf. Obwohl alles, die Graphic auf Hardcore gestellt ist und die Sichtweite und antistropische Filterung. Naja, spricht nicht fürs Spiel. Guck mal, da vorne wird Holz gesammelt. Jetzt will ich ein riesengroßes Schwein sehen. Okay. Wir stoppen hier kurz und zoomen da rein. Da hinten ist es... Ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Kann man Vögel überhaupt killen? Ich sehe, das sind Spuren. Hier, so rote Fährten, ne? Ja, komm, wir folgen jetzt mal der Spur. Oh, yeah. Alter, ich hol dir was von das Maschinengewehr raus. Warte, meine Spur geht hier lang. Hast du auch eine Spur? Ich habe eine heiße Spur. Ich muss ein Fernglas rausholen und die Spur ganz genau angucken. Oh, shit. Davon ist die Spur. Ich habe die Spur wieder. Siehst du auch die Spur, auf der ich bin? Hier die? Ich habe eine Spur. Riechst du auch eine Spur? Ja, mhm. Aber wo geht die Spur weiter, Janis? Jonathan? I don't know. Oh, shit. Wo ist die Spur? Denn ich rieche eine Spur. Ich empfange voll die Spur. Ah, da vorne, ich sehe es blinken. Oh Gott, ich sehe es auf der Karte blinken. Folge mir. Siehst du es auf dem PDA? Ja, Alter, das ist ein Fasane da vorne. Ey, wie pimmeln die jetzt sowas von weg? Seht ihr schon einen Fasane? Ich glaube, wir müssen auch leiser sprechen. Okay. Warte, warte, kurz noch mit dem Fernglas nochmal checken. Ah, die Scheißkamera genommen. Ja, da steht einer. Bist du bei mir? Siehst du das? Ich sehe da hinten, habe ich kurz gesehen. Oh Gott, kann man irgendwie einatmen? Warte, warte, ich will auch in die... Oh, der fliegt gerade, oder? Ah, nee. Bist du bereit? Siehst du ihn da vorne? Wir müssen erst die Lizenz für das Fiege haben. Woher? Was dürfen wir töten, oder was? Gute Frage. Alter! Das weiß ich. Ich wollte gucken, ob es weggescheucht wird. Aber der unserer, speziell unserer, bleibt stehen. Aber der weiß wahrscheinlich, dass wir die Lizenz noch haben. Und weiß, dass es auch nicht in Gefahr ist. Das weiß du. Jetzt habe ich dieses Just the way it is im Kopf. Diddle, 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 contentreffer, fuck. Hey, du meine Hoden am kneten bist. Diddle, 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 bin ich leicht angepisst. Diddle, diddle, diddle. Hier ist gerade eben irgendwas, ich habe was gehört. Na komm, wir gucken mal, guck. Hörst du mich, Johnny? Jimmy, ich bin hier. Mami. Oh Mann, ist das behindert. Da läuft irgendwas, ich glaube, das ist das, was wir jagen dürfen. Da vorne, siehst du das? Oh Gott. Wir dürfen eine Spezies jagen. Die da hinten. Und damit können wir dieses Spielgeld erwerben. Killer wird jetzt gleich einen hervorragenden Schuss hinlegen. Komm, wir müssen uns ducken und ran. Oh Gott, ich habe eine Spur. Ich kann den Urin riechen. Wir haben vorhin im Shop gesehen, man kann sich sogar Urinspray holen. Das kann man dann hier rum sprayen. Das soll dann hier nicht einschmehen. Aber hoffentlich nicht andere Mitspieler. Sind wir zu laut? Läuft's weg? Nee. Sind wir zu taub? Was? Okay, wir schaffen das, Jimmy. Wir schaffen das. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich glaube, dein Kopf spielt hier gerade einen Steig. Nee, nee. Ich habe es genau gesehen durchs Reifel. Als ich durchgeguckt habe, war es dann nicht mehr da. Man hat einen geilen View. Ich will so langsam. Da ist ein Schwein. Oh, ein majestätisches Schwein. Oh, ist das schön. So ein wunderschönes Schwein habe ich noch nie gesehen. Ich möchte es begatten. Schaut euch diesen wundervollen Spieler an. Schau mal hier. Geht euch diesen ausgeprägten Hoden an. Schau doch mal. Ach fuck, wir haben es verloren. Ja, und du sagst, ich habe nichts gesehen. Dann würde ich es noch nicht aufgeben. Warte, ich hole diese Dönerbox. Dönerbox? Ich schüttel mit der Dönerbox. Ja, da sind Spuren. Oh Gott, ich habe eine Spur. Wie ist es ein Fasan? Ist das ein Haas? Doppel doch ein Haas. Ah ja, da hinten. Nein, der Horst hat das Spiel verlassen. Der Haas hat das Spiel verlassen. Wo meinst du 2x? Wo? Vielleicht müssen wir rennen. Vielleicht müssen wir mit der Kalaschnik aufschießen. Sag mal, rennst du von mir weg? Bist du auch fertig? Ach du hinbeischt? Ah, da, da ist eine Spur. Hast du gehört? Ja. Mach mal wieder, mach dein Kuhgeräusch. Okay. Also kommt ein anderes Tier. Da kommt ein Elefant und wir machen Miau. Aber wir sind hier richtig. I can smell it. Hey bro, I can smell it. Wo are you? Wir brauchen die kostenlose Tiere, Mensch. Schmetterling, Konchaya, okay. Muss doch irgendwo wieder eine Spur sein. Menschen, Skinners. Da ist ein Haas. Oh Gott, da hüpft ein Haas. Wird sowas von sterben? Shoot, shoot them down. Take them down. Gott, die krieg ich nie im Leben. Nie im Leben. Wir schleichen uns ein bisschen dran. Der hüpft, der hüpft ganz schnell. Also man, das ist unmöglich. Der hüpft hier, der hat schon die ganze Zeit. Cotton Rabbit. State fleeing. Okay, also er flieht. Scheiße. Da, ach Gott, er saß gerade hier genau vor mir. Okay, langsamer laufen. Er ist links. Links wird gelaufen. Warte, warte, warte. Where is this fucking rabbit? Ich hab eine neue Hasenspur und der ist roaming. Also, also, rumstreunernd. Ja, jetzt scheiße. Ja, also ich hab hier scheiße vom Hasen gefunden. Hasen gefunden. Hasenspur. Wie du da unten rumschlingelst. Ich hab ja eine Spur. Ich hab ja auch eine roaming. Ich hab, ich hab eine neue Hasenspur gefunden. Die sind sogar roaming noch. Ich hab jetzt eine geile Spur, die permanent roaming ist. Ich gucke hier gerade die Spur nach. Drei Fußspuren. Hopping. Ich hab's auch. Ich hör's. Also, dann hüpft es auf jeden Fall nicht. Echt, sieh, ist da hinten die. Ah, scheiße. Nach rechts ist er weggehüpft. Ins, äh, rechts ins Helle. Hier? Shit. Also, lauf ich richtig da unten. Was ist Fernglas? Fünf oder sechs? Sieben. Äh, sechs. Oder so. Seh ist da hinten stehen geblieben. Da können wir hin. Da komm ich jetzt dazu. Oh Gott, das Fernrohr zappelt. Oh, scheiße. Unternehmen. Scheiße. Man muss doch die, man kann sicherlich die Luft anhalten. Lass das vielleicht mal zuerst da rausfinden, bevor wir weitermachen. Ja. Äh, mit, mit Leertaste. Doch, doch. Hätte ich das vorher gewusst. Roaming. Drei Punkte. Das ist der Hase. Ich bin bis da hinten hingelaufen, wo ich vermutet hab, dass er stehen geblieben ist. Die nächste Spur ist jetzt tatsächlich Roaming wieder. Da hinten ist noch eine Spur, aber das ist wahrscheinlich so nah, dass ich ihn wieder wegscheuchen würde. Irgendwo scheiße gelegen. Oh Gott, eine Spur. Ja, Roaming. Hase. Oh Gott, ich seh ihn sogar. Oder ist das eine Ratte? Was? Da ist irgendwas gelaufen. Scheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ratte war oder... Oder Kacke. Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich Kacke. It's just the way it is.